Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit dir über das Thema Geo-Arbitrage sprechen. Ich möchte mit dir also darüber sprechen, wie du auf der Welt weltweit sinnvoller leben kannst, als vielleicht in dem Land, in dem du derzeit lebst. Ich möchte mit dir über zehn unterschiedliche Faktoren sprechen, die dir dabei helfen werden, ein Land zu identifizieren, das für dich ein möglicher Ort zum Auswandern sein könnte. Es soll vor allen Dingen um folgende Punkte gehen, nämlich zuallererst um das Thema günstige Wohnungen und Hotels. Das heißt, wie schaffen wir es, unsere Mietkosten zu reduzieren? Gerade zum Beispiel, wenn du jetzt in Deutschland beispielsweise wohnst oder wohnst in Österreich oder in der Schweiz, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass deine Mietkosten explodieren. Zum Beispiel, ich wohne hier gerade in Berlin und sehr, sehr viele Leute regen sich hier über die Mietkosten auf, weil diese sehr stark gestiegen sind, schneller als oder stärker als in jeder anderen deutschen Stadt. Und soweit ich weiß, haben sich die Mieten innerhalb der letzten drei Jahre um 20% oder so erhöht und viele Leute finden das nicht schön. Gerade wenn du hier in Berlin eine Wohnung mieten möchtest, sagen wir zum Beispiel beim Stadtzentrum, dann wirst du eigentlich unter 1.000 Euro so gut wie kaum was bekommen. Außerhalb des Stadtzentrums wird es dann schon wieder sehr viel günstiger, bloß eine kleine Wohnung alleine kostet in Berlin gerne schon mal 400, 500, 600 Euro und das ist sogar noch ein günstiger Preis. Für diesen Preis 400, 500 Euro kriege ich in vielen anderen Ländern, zum Beispiel ein 100 oder 120 Quadratmeter großes Apartment, das direkt am Strand gelegen ist, wo ich beispielsweise jeden Morgen aufstehen kann, übers Meer schauen kann und vielleicht auch ein viel besseres Leben leben kann, weil ich einfach nicht im grauen Berlin stecke oder möglicherweise nicht im Winter hier bin, sondern dort, wie gesagt, dann an einem Ort lebe, der mir persönlich mehr gefällt. Heißt, das ist der erste Punkt, über den wir sprechen wollen. Dann der zweite Punkt ist gute Einkunftsmöglichkeiten. Das A und O ist natürlich auch, dass es für die Wege gibt, dort Geld zu verdienen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du gehst jetzt irgendwo in die Pampa, irgendwo in Sibirien und dort gibt es kein Internet. Wie genau willst du Geld verdienen? Du kannst natürlich dort irgendeine Arbeit annehmen, aber es ist, glaube ich mal, jetzt nicht unbedingt dein Ziel, nach Sibirien zu gehen und dort zum Beispiel Holzfäller zu werden oder so. Das heißt, wir brauchen auch ein smartes Modell, wie wir Geld verdienen. Sonst natürlich, geringe Steuern ist immer schön. Das sollte, wie gesagt, auch einer der Gründe sein, warum du zum Beispiel ins Ausland gehst. Ich finde, es ist immer grundsätzlich sinnvoll, sich zu überlegen, wo es denn am smartesten für einen selbst ist, zu leben. Sonst natürlich noch wenig Bürokratie. Zum Beispiel, ich persönlich, wenn ich entscheiden könnte, zwischen Steuern zahlen und Bürokratie, ich würde grundsätzlich immer sagen, ich habe höhere Steuern lieber als höhere Bürokratie. Das heißt, wenn du Bürokratie minimierst, zum Beispiel, wenn Deutschland ihre Bürokratie minimieren würde, dann wäre ich vielleicht gar nicht mal so desinteressiert, noch ein bisschen hier zu bleiben. Aber zum Beispiel in Deutschland finde ich es absolut schrecklich, welche Bürokratie wir haben. Das heißt, vor allen Dingen sollten wir auch in ein Land gehen, wo die Bürokratie so gering ist, wie nur irgendwie möglich ist. Sonst natürlich, stabile Währung oder halt Fremdwährung halten, das ist auch nochmal wichtig. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du gehst jetzt in ein Land mit einer verfallenen Währung, wie zum Beispiel der Georgische Lari ist zum Beispiel stark am Verfallen oder nicht stark, aber zum Beispiel andere Länder wie, sagen wir mal, Somalia, wo du halt eine Inflation hast von ein paar hundert Prozent, gerne mal pro Jahr. Ich kenne zum Beispiel nicht die Zahl in Somalia, aber zum Beispiel Venezuela, da haben wir ja auch gerade eine extreme Inflation von der Währung. Da gibt es Leute, die eher die Währung verbrennen, als dass sie sie zum Bezahlen nutzen, weil es einfach nichts mehr wert ist. Und das, wie gesagt, ist dann auch wieder so ein Problem. Heißt, wir versuchen, in ein Land zu gehen mit einer stabilen Währung oder wir versuchen natürlich auch, Fremdwährung zu halten auf unserem Konten und dann, wie gesagt, mit immer nur minimale Beträge in der Landeswährung auszuzahlen. Sonst natürlich ist es grundsätzlich schön, wenn auch das Bankgeheimnis in diesem Land noch existiert, weil ich persönlich finde, es ist eigentlich ein Recht, jeder Person das eigene Geld sicher zu wissen. Und wenn jetzt zum Beispiel jeder auf das Geld theoretisch zugreifen kann, sei es in der Staat oder wer auch immer, finde ich das immer persönlich ein bisschen unschön. Sonst natürlich gutes Essen. Das, denke ich mal, ist auch das A und O. Nette Leute. Das heißt wirklich auch, ja, tolle Leute um einen herum. Vielleicht auch gute Möglichkeiten, nochmal innerhalb des Landes zu reisen. Sonst natürlich Sicherheit. Du willst nicht in ein Kriegsgebiet ziehen oder dort, wie gesagt, deine Zelte aufschlagen. Und natürlich ist es auch sinnvoll, eine gute Krankenversicherung zu haben. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, nämlich günstige Wohnungen und Hotels. Und ich habe uns da mal ein kleines Beispiel rausgesucht. Nämlich zum Beispiel ein Land, das ich für mich persönlich auserkoren habe, als ein potenzieller Wohnsitz. Es ist nicht sicher, ob ich dort hingehe oder nicht, ist Malaysia. Und zum Beispiel dort gibt es eine Insel, auf die ich sehr gerne ziehen würde. Und diese Insel nennt sich Penang. Penang ist eine Insel, wie gesagt, in Malaysia oder vor der Küste von Malaysia. Und wenn wir uns das mal anschauen, ist es relativ weit entfernt von Kuala Lumpur. Es ist natürlich noch weiter entfernt, dementsprechend von Singapur. Es ist eher halt im Norden von der Insel. Und hier, wie gesagt, diese Insel Penang ist praktisch für die Kultur bekannt. Ist bekannt dafür, dass es halt ein Ort ist, wo viele Gründer hingehen. Es ist ein Ort, wo zum Beispiel auch der Lebensstandard sehr, sehr hoch ist, wo man gute Restaurants hat, gute Krankenhäuser hat. Auch wirklich Krankenhäuser, die international gut aufgestellt sind. Und vor allen Dingen ist es auch tatsächlich nicht unbedingt eine Party-Destination, aber zumindest ein Ort, wo man auch ein bisschen Spaß haben kann. Das heißt, für mich persönlich ist es wichtig, dass ich nicht einfach nur irgendwo ins Landesinnere ziehe und mir ein kleines Farmhaus irgendwo auf einem Feld kaufe. Das ist vielleicht in 20 Jahren für mich interessant. Bloß derzeit, wie gesagt, ist es für mich auch eher interessant, noch gute Anbindungen zu haben, Strände zu haben und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, ist schon mal der eine Ort. Und wenn ich mir hier allein schon die Apartments angucke, ist es immer, finde ich faszinierend, wie wenig Geld man tatsächlich für Apartments ausgibt. Die Währungen in Malaysia sind halt die malaysischen Ringgit. Ich habe mal so einen kleinen Rechner hier aufgerufen. Wir sehen hier zum Beispiel, dass diese erste Wohnung 1200 Ringgit kostet. Das sind 258,71 Euro. Und wenn man hier mal so ein bisschen rumschaut, wird man auch sehr schöne Wohnungen tatsächlich finden. Wohnungen zum Beispiel, die direkt am Strand gelegen sind oder wo du halt wirklich, wirklich einen schönen Ausblick hast. Und zum Beispiel in meinem Falle ist es jetzt nicht unbedingt wirklich wichtig, wie viel Geld ich für die Wohnung ausgebe. Zum Beispiel, ich könnte jetzt hier, sagen wir mal einstellen, 1500 bis 3000, um das mal so realistisch zu machen, wie das irgendwie möglich. Das zum Beispiel, das zum Beispiel wäre hier ein Preis, der für mich sinnvoll wäre. Genau, 15 bis sagen wir mal 35. Und dann können wir ja mal schauen, was das hier so für Wohnungen sind. Und dann wirst du halt hier sehen, dass viele von diesen Wohnungen zum Beispiel sehr gut ausgestattet sind. Einige sind direkt am Meer. Man muss wie gesagt einfach ein bisschen gucken, wissen wir welche findet, die direkt am Meer sind. Zum Beispiel diese hier wäre relativ nah am Meer. Aber es gibt halt auch wirklich viele Wohnungen, wo du halt direkt am Strand bist und wo du dennoch für vielleicht 400, 500 Euro im Monat diese Wohnung mieten kannst. Wie gesagt, schaut einfach gerne mal auf solchen Plattformen vorbei. Zum Beispiel, ich mag ja manchmal gerne die Plattform Property Guru und das ist halt eine Plattform, wo du international nach Wohnungen schauen kannst. Und das Schöne, wie gesagt, ist, dass du dort für sehr, sehr geringes Geld Wohnungen bekommst. Also du kannst übrigens, wenn man mal ein bisschen genauer hier guckt, ich habe jetzt das einmal schnell durchgegangen, aber du findest hier auch, und das hatte ich schon mal in einem meiner anderen Videos besprochen, tolle Wohnungen für gerade mal 200, 300 Euro im Monat. Und ich spreche hier wirklich nicht über kleine Wohnungen, sondern es sind wirklich Wohnungen, die zum Beispiel 100 Quadratmeter groß sind oder was auch immer, die halt einen tollen Ausblick haben. Und genau, wo du halt, wie gesagt, für sehr, sehr günstiges Geld dir das Ganze bieten kannst. Natürlich muss das Klima was für dich sein. Penang grundsätzlich oder Malaysia ist natürlich ein sehr, sehr heißes Land, Durchschnittstemperaturen rund um die 30 Grad. Ich persönlich habe jetzt kein Problem wirklich mit Hitze, aber wenn zum Beispiel du sagst, okay, ich bin kein großer Freund von der Hitze, ich möchte nicht in so einem heißen Ort leben, dann natürlich kann ich das gut verstehen. Dann solltest du vielleicht auch nicht an so einem Ort hier leben, wie zum Beispiel Penang. Das Interessante, aber grundsätzlich an Malaysia oder halt Penang, ist, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, um auch sich steuerlich sehr sinnvoll aufzustellen. Zuallererst würde ich mit dir mal gerne über den eigentlichen Steuersitz, den die sogenannte Income Tax sprechen, also einfach nur die Einkommenssteuer. Wir gehen also davon aus, dass wir zum Beispiel ein sogenanntes Sole Proprietorship aufbauen, das heißt, ein Einzelunternehmen dort in Malaysia und dementsprechend auch zum Beispiel solche Einzelunternehmen müssten wir dann halt nur praktisch Einkommenssteuer zahlen und vielleicht noch ein paar kleine andere Steuern, die dort so anfallen, wie zum Beispiel bei uns die Kirchensteuer oder der Solidaritätszuschlag oder was auch immer, müsste man gucken, ob es dort noch solche Steuern gibt. Aber um das Ganze hier mal so grob für euch durchzurechnen, zum Beispiel nehmen wir mal an, wir haben halt hier wie gesagt eine progressive Steuer wieder, nehmen wir mal an, wir verdienen ungefähr 100.000 Euro, dann ist es ungefähr so, dass du auf 100.000, 120.000 Euro gerade mal 20% Steuern zahlst. Das heißt, wir haben eine günstige Wohnung direkt am Strand mit einem tollen Ausblick, verdienen zum Beispiel gutes Geld, sei es nun zum Beispiel 30.000, 40.000 reicht ja schon im Jahr oder vielleicht nur 20.000 und auf zum Beispiel solche geringen Summen wie zum Beispiel 20.000 Euro kann es gut sein, dass wir halt darauf vielleicht gerade mal 10% Steuern oder so zahlen. Hier in Deutschland hast du natürlich einen Freibetrag von 17.500, das heißt, es macht vielleicht eher Sinn zu sagen, okay, ich wandere aus, wenn du vielleicht 30.000, 40.000, 50.000 zumindest im Jahr machst, aber alles drüber, wenn du dann zum Beispiel bei 100.000 oder 150.000, 200.000, 300.000, 300.000, 500.000 bist, dann hast du halt hier einen wirklich ziemlich geringen Steuersatz. Zum Beispiel, wenn du 200, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, sowas für 200.000 habe ich mal ausgerechnet, wenn du da bist, dann zahlst du sowas wie 23, 24% Steuern. Da wärst du hier in Deutschland sicherlich mit ungefähr einem Durchschnittssteuersatz von, ich würde sagen, 40% schon dabei. Das heißt, du kannst praktisch hier deine Steuern halbieren und das ist natürlich eine schöne Sache. Es gibt natürlich noch andere Optionen, du kannst natürlich in Malaysia auch Firmen gründen, die gerade mal eine 3%ige Steuer zahlen müssen, nämlich in einer Zone, die nennt sich Labuan. Labuan ist eine Zone im Norden des Landes wieder und Labuan kann ganz interessant sein, weil es sich dabei um eine legale Methode handelt, eine Firma zu gründen mit gerade mal 3%, die gerade mal 3% Einkommenssteuer zahlt oder genau, praktisch eine 3%ige Steuer zahlen muss und das Doofe, wie gesagt, ist, dass du wirst ganz, ganz viele Artikel drüber finden online, wenn du eingibst Labuan, bloß ich habe bisher nur nicht einen einzigen Artikel gefunden, der tatsächlich korrekt ist und das ist, wie gesagt, das Spannende. Ich habe einige Berater, mit denen ich zusammenarbeite und es ist faszinierend, wie viel Unsinn im Internet steht und zum Beispiel ich habe mich ja auch auf ganz, ganz vielen Plattformen hinsichtlich Labuan fortbilden wollen, und habe mir das Ganze durchgelesen und du wirst immer wieder sehen, dass die Leute einfach sagen, ja, gründe eine Offshore-Firma irgendwo in Labuan und zahl so 3% Steuern oder sogar, wenn du eine Investment Company oder Investment Holding Company hast, dann gerade mal 0% und so weiter und so fort, das geht ja ganz einfach, aber nein, das Gesetz hat sich ganz, ganz stark hinsichtlich Labuan geändert und es gibt jetzt da so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte, dieses Gesetz nannte sich auch, wie gesagt, the new Labuan und da gibt es jetzt so ein paar Agreements, zum Beispiel musst du, ich glaube mehrere hunderttausend tatsächlich pro Jahr ausgeben in Labuan, du musst mindestens einen Mitarbeiter haben, du musst ein Büro dort haben und so weiter und so fort, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel richtig gutes Geld verdienst, hier haben wir es, Annual Operating Expenditure of 50.000 Ringgit, das heißt, du müsstest mindestens, genau, du müsst mindestens praktisch 50.000 ausgeben oder du müsstest halt zwei Mitarbeiter haben, die mindestens insgesamt, genau, ein Operating Expenditure von 100.000 Ringgit erzeugen, das heißt, du wärst dementsprechend, wenn man das mal durchrechnet, bei mindestens Kosten von, naja, wo wären wir von 21.559, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dort eine Firma starten würdest in Labuan, müsstest du auf jeden Fall so viel Geld ausgeben, dann kann es natürlich gut sein, dass du gerade mal deine, dass du gerade mal 3% Steuern zahlst, bloß, du musst halt einfach überlegen, willst du das für dich machen, du brauchst halt Mitarbeiter, du brauchst ein Büro, du brauchst mindestens halt so ein Operating Expenditure von 100.000 Ringgit, in meinem Falle würde es sich tatsächlich lohnen, es gibt aber noch andere, smartere Möglichkeiten, das Ganze aufzusetzen, nicht in Malaysia, aber das zum Beispiel wäre halt auch eine Option, die sehr, sehr viele Leute noch nie gehört haben, also wie gesagt, Labuan ist da auch wieder so ein Ort im Norden des Landes. Genau, sonst, was ist hier noch entscheidend, nämlich zum Beispiel, wenn du in so ein Land gehst wie Malaysia, musst du natürlich dir auch überlegen, wie genau kommst du an eine Arbeitserlaubnis, nämlich zum Beispiel in Malaysia ist es so, da kannst du dich für mehrere Arten von Visas entscheiden, nämlich einmal gibt es hier halt dieses Labuan-Visa, das gilt glaube ich für zwei Jahre oder ein Jahr, eins von beiden müsste ich nochmal nachlesen, es gibt aber auch die Möglichkeit für zehn Jahre eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen oder halt so eine Arbeitserlaubnis zu bekommen über das sogenannte MM2H-Visum oder MM2H-Programm, das steht einfach für Malaysia My Second Home und zum Beispiel für mich wäre sowas sehr sinnvoll, du brauchst ziemlich genau 100.000 Euro, damit das Ganze für dich funktioniert, ich weiß, viele von euch werden sicherlich sagen, ich habe doch keine 100.000 Euro, glaubt mir, wir kommen gleich nochmal zu ein paar anderen Optionen, die ganz sinnvoll sein könnten, aber du brauchst praktisch 100.000 Euro, um dort dieses Visa zu bekommen, nämlich hier steht folgendes, zum Beispiel in meinem Fall, ich bin natürlich unter 50, und hier steht, man muss praktisch ein Fixed Deposit in a Bank Account von 150.000 Ringgit machen, das heißt, du musst auf ein malaysisches Konto 150.000 Ringgit einzahlen, 150.000 sind, können wir mal ausrechnen, 32.339 Euro ungefähr, das heißt, das müsstest du einzahlen, dann, du darfst nur im ersten Jahr bis zu 50.000 abheben, das heißt ein Drittel und der Rest muss dann da drin bleiben, damit wie gesagt, ja, die Regierung sich auch sicher sein kann, dass du nicht einfach irgendwie das Land ausnutzt oder was auch immer, das ist halt einfach nur so eine kleine, ja, eine Sache, die wichtig ist. Hier übrigens auch nochmal Folgendes, du kannst, wenn du das Geld drin lässt, natürlich auch darauf Zinsen bekommen, im Malaysia liegen sie, glaube ich, derzeit bei ungefähr 3%, sind aber auch am sinken, aber 3% wäre zum Beispiel ganz in Ordnung. Genau, und dann kriegst du eigentlich auch schon dein Visa. Es gibt auch so ein paar andere Dinge, die du erfüllen musst, aber eigentlich ist es nicht besonders schwer, du brauchst halt bloß einfach nur diesen Betrag X, ich glaube, du musst auch nachweisen, dass du mindestens 2500 Euro pro Monat verdienst und wie gesagt, musst du halt dieses Geld aufs Konto drauf tun, aber wenn du wie gesagt das getan hast, dann kann es gut sein, dass du halt dieses MM2H-Visa bekommst und dort für längere Zeit leben kannst, dann, also für 10 Jahre insgesamt und danach kannst du es jederzeit wieder einfach neu dir holen. Eine Sache, die hier diesbezüglich nochmal wichtig ist, ist natürlich, dass mit diesem MM2H-Visa nicht gesagt wird, dass du sofort eine Laborenfirma hast, grundsätzlich finde ich aber auch so schon das Steuersystem von Malaysia sehr, sehr, sehr attraktiv, weil du halt natürlich auf 100.000, 200.000, gerade waren vielleicht 20, 25% Steuern zahlst, wo du vielleicht in Deutschland 40, wenn nicht sogar mehr Prozent Steuern zahlst und vor allen Dingen, es kann natürlich auch gut sein, dass du in Deutschland noch andere Steuern zahlst, wie zum Beispiel Gewerbesteuern und so weiter und so fort, die zum Beispiel in Malaysia bis zu einem gewissen Grad in dieser Form nicht vorliegen. Genau, dann natürlich noch die Frage, um auf diese Punkte zurückzukommen, gibt es dort günstige Wohnungen und Hotels? Ja, haben wir schon gesehen. Dann gute Einkommensmöglichkeiten, du kannst als Online-Unternehmer arbeiten, du kannst zum Beispiel Udemy-Kurs erstellen, du kannst Kindelbücher erstellen, du kannst Coachings geben, du kannst zum Beispiel ein T-Shirt-Business aufbauen, ein Icon-Business aufbauen, du kannst da eigene Akademie aufbauen, du kannst grundsätzlich ACX-Audiobücher zum Beispiel anbieten, du kannst YouTuber sein und kannst YouTube-Videos publizieren, du kannst so, 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 so viele Dinge machen und die wenigsten Leute wissen denn überhaupt, dass das alles möglich ist oder beziehungsweise überlegen sich, die meisten Leute überlegen sich nie, welche Möglichkeiten für sie, welche Möglichkeiten es für sie gibt und wenn ich zum Beispiel du wäre, würde ich mir mehrere Einkommensströme aufbauen, zum Beispiel Udemy-Kindel, Audiobücher, YouTube, hast du vier Einnahmequellen, zack, mit jeder Einnahmequelle, sag mal, machst du 1000 Euro, du brauchst, denke ich mal, in Malaysia nicht mehr als 1000, 1500 Euro pro Monat, um sehr, sehr gut leben zu können, du kannst auch mit weit weniger leben, meines Erachtens, wenn du halt tatsächlich günstig, einen günstigen Lebensstil lebst, zum Beispiel, ich habe mir auch vorgenommen, ich würde, wenn ich darüber ziehen würde, nicht mehr wahrscheinlich als 1500 Euro im Monat ausgeben, ich bin grundsätzlich ein Sparfuchs und dementsprechend wäre das zum Beispiel für mich eine sehr sinnvolle Option. Die Geringsteuern haben wir, Bürokratie gibt es auch in Malaysia sehr, sehr wenig, sonst natürlich, der Ring geht, ist der stabil, ja, definitiv, eine sehr stabile Währung, du kannst zum Beispiel auch auf den Konten Fremdwährungen halten, das Bankgeheimnis ist in Malaysia leider relativ aufgeweicht, da gibt es einen definitiven Minuspunkt, sonst natürlich, gutes Essen hast du in Malaysia auf jeden Fall, zum Beispiel für mich ist es auch ein sehr interessantes Land, weil dort ein Viertel, also ein Viertel der Bevölkerung, zum Beispiel in Kuala Lumpur, sind Chinesen und ich persönlich spreche Mandarin und mag die Kultur auch sehr gerne und deswegen ist es zum Beispiel für mich auch ganz interessant, diesen Einfluss nochmal zu haben, sonst nette Leute kann man schwer, wie gesagt, muss man selbst rausfinden, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich hatte mit einigen Malaysiern in China zusammen gelebt, ich habe immer sehr gute Kontakte zu diesen Leuten gehabt und fand sie immer sehr, sehr nett, es ist natürlich auch ein muslimisches Land, wie gesagt, es ist ein sehr friedliches Land, es ist relativ sicher, es gibt keine Terrorangriffe und so weiter und so fort und vor allen Dingen auch die Krankenversicherung kann sehr gut sein, zum Beispiel nehmen wir an, du gehst jetzt auf so eine Insel wie zum Beispiel Penang, da hatte ich ja schon mal so ein bisschen drüber berichtet, in Penang hast du zum Beispiel auch sehr, sehr gute Krankenhäuser und wenn du zum Beispiel eine internationale Versicherung hast, wie zum Beispiel von der AXA oder was auch immer, dann hast du halt hier auch die Möglichkeit, in gute Krankenhäuser zu gehen und bist da eigentlich sehr gut aufgehoben. Man darf auch nicht vergessen, zum Beispiel die Länder, die vor 20 Jahren vielleicht noch Länder waren, wo man gesagt hat, okay, da würde ich niemals hinziehen, sind heute halt Länder, die wirklich, wirklich gut entwickelt sind, wie zum Beispiel Malaysia. Ich denke, vor 20 Jahren war es halt echt noch ein Land, wo viele Leute in Armut gelebt haben, sicherlich gibt es heute immer noch viel Armut in Malaysia, aber es hat sich definitiv gemausert, halt solche Orte, wie zum Beispiel Penang, Georgetown oder halt Kuala Lumpur oder Kohde Baharu oder all diese Städte halt in Malaysia sind halt sehr, sehr attraktiv, denke ich mal, heutzutage für Gründer und vor allen Dingen auch für Erstgründer, weil der Lebensstandard ist gut, die Gebäude oder die Wohnungen sind sehr, sehr günstig, auch die Hotelpreise sind sehr günstig, es gibt viele Optionen, Unternehmen aufzubauen, geringe Bürokratie, geringe Steuern, was will man eigentlich mehr? Es gibt natürlich aber noch viele, viele andere Optionen, nämlich wir haben ja gesagt, okay, wir wollen möglichst viel Freiheit haben, wir wollen Geo-Arbitrage betreiben, wir wollen dorthin gehen, wo es für uns am sinnvollsten ist zu sein. Das ist immer die Definition, es ist für uns am sinnvollsten an Ort X zu sein und wenn wir diesen Ort X finden, wir sind so ein bisschen wie Wasser. Wasser sucht sich ja auch immer seinen Weg. Wasser kannst du nicht aufhalten, wenn es sich seinen Weg sucht, sucht es sich seinen Weg und genauso sind wir auch. Wir überlegen uns, okay, wo ist es für uns am besten, wo ist es für uns, wo haben wir am wenigsten Friction, das heißt am wenigsten, wie sagt man das auf Deutsch, mein Gott, ich kann schon kein Deutsch mehr, aber wo am wenigsten Widerstand ist und dort, wie gesagt, fließt dann halt auch das Wasser hin und genauso ist es auch bei uns. Es gibt natürlich aber noch viele, viele andere Orte, die sehr attraktiv sein könnten. Du kannst natürlich auch den kompletten digitalen Nomaden-Lifestyle leben, indem du zum Beispiel halt die Essenische E-Residency annimmst. Die Essenische E-Residency ist eine Möglichkeit für dich, ortsunabhängig zu werden, nämlich die bieten dir an, deinen Wohnsitz und halt deinen unternehmerischen Sitz nach Estland zu verlegen, ohne dass du tatsächlich dort einmal im Jahr sein musst. Die ganzen Steuern, das heißt auch alles online, du kannst weltweit reisen, musst natürlich darauf achten, dass du jetzt nicht irgendwo anders steuerpflichtig wirst. Zum Beispiel kannst du auch mehrere Wohnsitze im Jahr dir nehmen, wie zum Beispiel drei Monate Malaysia, da brauchst du kein Visa für drei Morde, dann kannst du zum Beispiel, sagen wir mal, 15 Tage in Vietnam sein, kannst nochmal im Monat in China sein, kannst im Monat in Deutschland sein, kannst hier im Mord sein und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, ist eine ganz schöne Sache. Sonst würde ich dir noch einen vollenden Tipp geben, schau auf jeden Fall mal auf die E-Residency-Seite von Estland, nämlich die haben eine Flat Tax von 20%. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel richtig gutes Geld verdienst, sagen wir mal 100.000 plus oder schon eigentlich 60.000 plus, würde eigentlich theoretisch schon noch 30.000, 40.000. Wenn du 30.000, 40.000 plus machst, könnte sich das für dich langsam sogar schon lohnen. Genau, und wenn du halt diesen Lifestyle leben möchtest, wäre das hier eine, denke ich mal, sehr sinnvolle Option. Es gibt natürlich aber noch komplett andere Länder, die möglicherweise nicht besonders sicher sind, aber die sehr attraktiv sind. Nochmals, ich bin natürlich hier kein Steuerberater, deswegen bitte, 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 ich bin auch kein Jurist, sprecht doch nochmal mit eurem Steuerberater oder sprecht mit einem Juristen. Das, was ich euch heute hier wiedergebe in diesem Video, sind einfach nur Dinge, die ich mir angelesen habe beziehungsweise die ich von meinen Beratern bekommen habe und die wollte ich einfach nun mal hier weitergeben. Genau, Georgien könnte zum Beispiel auch ein Land sein, das für dich sehr interessant und sehr attraktiv sein könnte, weil es halt ein Land ist, das extrem wenig Steuern kennt oder so gut wie keine Steuern kennt. Nämlich eine Plattform benutze ich immer sehr gerne, das ist PVC. PVC, könnt ihr gerne mal draufgehen, techsummary.pvc.com und was ihr dort immer lesen könnt, sind steuerliche Zusammenfassungen zu bestimmten Ländern. Und hier haben wir zum Beispiel eine sehr kurze Zusammenfassung für Georgien. Hier gibt es noch Dutzende von anderen Artikeln über das Land und wir sehen hier Folgendes, nämlich du zahlst gerade mal 1% Steuern auf die ersten 500.000 Geld, das heißt auf die Georgischen Lari, das sind ungefähr 155.000 Euro derzeit, heißt du zahlst 1% Steuern auf 155.000 Euro, wenn du dort als Small Business registriert bist, also praktisch als Einzelunternehmer. Du kannst aber natürlich auch mehr Geld verdienen und das Geld, das du mehr verdienst, wird mit 3% besteuert. Es kann aber sein, dass du dann halt dieses Zertifikat verlierst und dann kein Small Business mehr bist. Aber nehmen wir zum Beispiel an, du gehst jetzt da hin und verdienst 200.000 Euro pro Jahr, kann es gut sein, dass du auf die ersten 155.000 gerade mal 1% Steuern zahlst und dann auf die restlichen 45.000 zahlst du gerade mal 3% Steuern, das heißt du hast insgesamt, um es mal so grob im Kopf durchzurechnen, bist du bei 1.350 plus 1.550 bist du bei, wenn ich mich nicht verrechne, 2.900 Euro in Steuern. Das heißt 2.900 Euro in Steuern auf 200.000 Euro, was natürlich sehr, sehr, sehr attraktiv ist. Es kann sein, dass ich mich jetzt gerade verrechnet habe, aber eigentlich soll es so ungefähr stimmen. Und nicht vergessen, das ist halt wirklich, die Steuer für ein ganzes Jahr und vor allen Dingen hast du in dem Land extrem geringe Bürokratie, sehr, sehr geringe Steuern, wie gesagt, die Währung ist leider nicht besonders stabil, deswegen ist es sinnvoll, vielleicht das ganze Geld in Fremdwährung zu halten, wie zum Beispiel den Dollar, den Euro oder den chinesischen Yen oder was auch immer, was auch immer du gerne halten möchtest. Sonst natürlich, Bankgeheimnis ist da noch eigentlich, möchte ich sagen, fast existent. Gutes Essen, definitiv nette Leute, ich kenne viele Georgier, ich habe nichts gegen Georgier, ein nettes Volk und sonst natürlich Sicherheit, das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, der 2008 Georgienkrieg, als damals Russland einmarschierte, ist ein bisschen kritisch, muss man halt einfach mal gucken. Ich denke, wie gesagt, dass das jetzt aber ein relativ sicheres Land ist. Und sonst natürlich, gute Krankenversicherungen, gute Krankenhäuser, muss man in Georgien auch mal so ein bisschen aufpassen. Mit den Krankenhäusern kenne ich mich da leider noch nicht aus. Aber das wäre, wie gesagt, auch ein ganz interessantes Modell. Und hier siehst du zum Beispiel auch, wie viele Wohnungen so in Georgien kosten, wirklich, wirklich günstig. Für 200, 300 Euro kriegst du dann eine ordentliche Wohnung und zack, wie gesagt, hast du schon Geo-Arbitrage betrieben, bezahlst wenig Steuern, bist in einem Land, das dir viele Freiheiten ermöglicht, kannst dein Business aufbauen und verdienst 100.000 von Euro und zahlst eigentlich so gut wie gar nichts an Steuern. Gut, also ich bin, wie gesagt, nochmal kein Steuerberater, kein Jurist. Bitte spreche das alles nochmal ab. Es kann gut sein, dass das, was ich euch eben gerade gesagt habe, nicht zu 100% korrekt ist. Sprecht auf jeden Fall nochmal mit einem Steuerberater, der sich mit dieser ganzen Sache auskennt. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen wollt und ihr wollt wissen, wie man ein ortsunabhängiges Unternehmen aufbaut, das wirklich nur aus der ganzen Welt mit einem Laptop gesteuert werden kann, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal in die Videobeschreibung schauen könntet. Dort findet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Wenn wir uns mal kennenlernen würden, wäre das echt klasse, weil ich glaube, dass ich dir wirklich vermitteln kann, wie du ein ortsunabhängiges Unternehmen aufbaust, das richtig, richtig gutes Geld macht. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.